Hey, what's up guys? Es geht wieder weiter hier bei Let's Play Tomb Raider. Letztes Mal haben wir ja hier die Barackenstadt ein wenig erkundet und das war meiner Meinung nach jetzt hier ein Labyrinth, wo wir jetzt... Äh, ein Grab, nicht ein Labyrinth, wo wir jetzt sind. Okay. Okay, noch eine Kiste. War doch eben was. Ne, das war nur so ein... So, was haben wir hier? Okay, weiter geht's. Wo sind wir hier denn jetzt? Quelle der Tränen. So, schauen wir mal kurz. Ah, das war wieder so eine Timing-Geschichte. Was ist denn das für ein... Was ist denn das Gegengewicht davon? Okay, ich brauche in jedem Fall noch mehr Container davon. Sonst will das nix. Da komme ich denn sonst nämlich nicht ran. So, ich brauche noch so ein Behältnis. Ah, verdammte Axt. Okay, dann weiß ich, wie das funktionieren soll. Oder vielmehr weiß ich wieder, wie das funktionieren soll. Verdammt. Also, ich muss das so machen. Anders kann's gar nicht sein. Es muss so gehen. Anders geht's gar nicht. Okay, wartet mal. Ich hab so eine Idee. So geht das. Okay, gut. Quelle der Tränen gemeistert. Dann gehen wir mal wieder zurück. Okay, dann muss ich hier hoch erstmal. Okay, Moment. Lass mir mal kurz anzeigen. Da gibt's auch noch wieder Reliquien. Aber mal gucken. Warte mal. Da stand doch eben was. Ah, okay. So was wieder. So, was war jetzt hier auf der Karte eben zu sehen? Da gibt's noch irgendwo hinten eine. Eins. Okay. Da muss ich nachher hin. Wir gucken aber hier trotzdem nochmal nach mehr Erfahrungspunkten. Das hier. Da gibt's noch so was wieder. Warte mal. Da oben scheint es noch was zu geben. Nee, hier war ich schon. Okay, das wird nix. Deswegen gehen wir hier erstmal weiter. Das ist erstmal auch nix. Schauen wir hier nochmal lang. Hier war ich wohl auch schon. Okay. Wirklich. Und dann geht's noch weiter. Ja. Okay, gut. Was ist das? Okay. Was ist das? Was ist das? Gut, sauber. So, sammeln wir wieder Berg... äh Bergungsgut. Okay, dann gehen wir auf hier. So, da... die sind vollständig. Okay, gut. Dann sollten wir mal weiter gehen. Gucken wir mal, ob wir das aufkriegen. Da blockiert was. Ah, okay. Ich soll den Stoff niederbrennen wahrscheinlich. Okay, dann sollte es jetzt gehen. Altes Tor. So, Lager. Zwei Fähigkeitspunkte. Fähigkeitspunkte. Na, das lohnt sich ja diesmal. So, gucken wir mal kurz. Nennen sie Tierkadaver. Brauche ich nicht. Das ist... Unrelevant erstmal. Das haben wir hier. Okay. Das brauchen wir nicht. Weichen sie dem Gegner aus. Stoßen sie. Okay. Okay, das machen wir jetzt. Das könnte ich eventuell jetzt machen. Ich gucke mir aber vorher nochmal um. Nee, das will ich nicht. Das will ich auch nicht. Versteckte Belohnungen zu finden. Nee. Schneller klettern und fortbewegen will ich auch nicht haben. Deswegen nehme ich den jetzt. Den zweiten Ausweichkill. Der ist halt sehr gut gegen diese Schildtypen. Das ist aber jetzt Ausrüstung. Das ist erstmal nicht so wichtig. Das könnte ich machen. Das Nachladetempo erhöhe. Ist aber nicht unbedingt notwendig. Nee, den alternativen Feuermodus brauchen wir nicht. Brauche ich nicht. Ja, nehmen wir mal das. Die Schrot ist geil. Okay. Nehmen wir dann das Doppel-Klebeband noch. So. Oder Klebeband-Doppel-Magazin. So. Okay. Das lief ja schon mal. Okay. Ich würde mich aber trotzdem hier an der Stelle jetzt erstmal verabschieden. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder hier bei Let's Play Tomb Raider. Ciao. Bis dann. Und tschau. Cool.